jetzt ist wieder ein bild da sehr schön ein bild ist da ein ton ist da dann ist der abend ja fast gerettet so jetzt sind wir wieder da wo wir hinwollten so haben wir denn noch unsere auflösung haben wir noch das passt dann können wir ja jetzt starten so unsere startpunkte sind auch noch nach wie vor da wo sie hingehören harter gegner harter gegner beide sind im selben team das ganze ist random ja dann würde ich sagen können wir eigentlich quasi das ganze starten wenn keiner irgendwelche einwände hat oder wünsche außer bei meinem general da lasse ich keine kompromisse zu ja alle guten dinge sind drei oder heute auch ein bisschen mehr als drei so dann jetzt mal rein wie gesagt man sieht es anhand von dem bild vom general das ist tatsächlich nicht wundern warum das hier so in anführungsstrichen kleines das bild das ist nicht größer jetzt sich hin da kommt auch schon ich war so da ich befürchte dass sie mir relativ früh auf den keks gehen werden werde ich schon mal ein dahin wie die strategie bei solchen spielen ist was haben wir hier ja sehr schön das ist natürlich super dass wir direkt ein superwaffen general gegen uns haben und ich habe die und ich habe die superwaffen nicht begrenzt herzlichen glückwunsch um auf die strategie zurück zu kommen meine strategie bei solchen spielen heißt eigentlich eigentlich feuer power und los geht's genau auf jeden fall erstmal was ganz klar oder was ganz ganz hohe ganz hohen stellen werden hat ist erstmal gucken dass die defensive steht und wenn die defensive steht dann so mal was haben wir noch für einen hier gegen uns stehen okay einmal igb igb sollte jetzt nicht unbedingt sollte jetzt nicht unbedingt so das große problem sein genau immer erstmal schön auf die dev genau so mache ich das auch wobei das gute bei den oder bei dem generell bei dem laser general ist dass der eine relativ gute dev schon von natur aus mitbringt so komm kohle ran hier komm 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 zack und den zweiten supply port bauen kann ich noch nicht ausbauen sehr schön so dann stehen da unten nämlich schon mal schon mal schon mal zwei sicherungs einheiten beziehungsweise drei sind es ja sogar so erstmal geht es auf den jetzt auf den nächsten flieger damit ein bisschen asche rein kommt so und dann gibt es die nächste die nächste defensiv macht hier so und ich nehme bei den fähigkeiten hier nehme ich am anfang grundsätzlich eigentlich immer die spionage sonde aus dem ganz einfachen grund ich möchte gerne sehen was auf dem feld vor mir passiert da kommt nämlich schon besuch ja danke das war mit sicherheit das war mir nämlich schon fast klar dass das zu beginn direkt lustig wird so du gehst dich schon mal den da oben holen naja das ist das ist eher kanonfutter so das upgrade steht so da war hier ein super waffen general mit dabei haben machen wir hier schön na 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 lass mal schön meine einheit in ruhe hier kollege so damit ihr ein bisschen mehr reichweite habt kriegt er hier erstmal eine spy drohne hingesetzt und du fährst mal da oben hin damit du gleich repariert wirst so bevor die mich hier gleich überrennen reparieren was soll der geiz geht es erstmal auf die dev eines der wichtigsten gebäude überhaupt in dem ganzen spiel so ihr kommt soweit erstmal klar das ist schon mal schön ich liebe es und direkt schon die partikelkanone schon vom vom gegner parat zwei stück warum zwei alter der baut direkt mal zwei wie ist er denn unterwegs ja ich war mir klar jetzt aber schnell den nächsten hinterher ja ja zwei gegner aber das ist der der laser waffen general und ich habe keine keine beschränkung von superwaffen eingeschaltet das heißt da gibt es von allen seiten auf die mütze das heißt der kann so viel so viel superwaffen bauen wie er lustig ist so erstmal das dann das dann das und ich mache grundsätzlich eigentlich immer search and destroy aus dem einfachen grund jawohl na klar partikelkanone direkt noch mit hinterher ich bin begeistert ja ja ich baue gerne mehrere das ist schon grundsätzlich auch richtig so ich baue gerne mehrere äh superwaffen auch das ist hier haben wir schon mal hier haben wir schon mal einen verloren dann werden wir da auf jeden fall noch einen nachziehen so wir pflastern erstmal alles mit wir pflastern erstmal alles mit drohen so drop zone supply fertig wunderbar ja dreimal partikelkanone ey hallo viermal komm ich hier auf dreimal ja na klar und eine fünfte hinterher jetzt ist das ja sehr geil ich glaub da hab ich bisschen oh nein nein nicht gut aber die muss ich grad sagen die große da unten die mag ich gar nicht ah wird nicht lang gehen abwarten Tee trinken abwarten Tee trinken abwarten noch doch sind wir ja im spiel so das scheiß ding stehen immer noch auch cool da oben ist unsere abwehr auch schon komplett durchbrochen wunderbar ja mit fünf partikelkanonen glaube ich geht das spiel tatsächlich nicht lange ja da stimme ich wohl zu vor allem mit den jungs dahinten ja äh ich würde sagen das gibt ganz ganz kräftig auf die nase das gibt ganz schön kräftig auf die nase ja war das schon immer so dass die ziel dass das zielsuchende raketen sind das war die partikelkanone keine baueinheiten mehr hier da oben ist auch schon das ressourcendepot da kommen schon die flugzeuge ja wunderbar hier ist ja mal party was stimmt denn mit dir hier nicht alter erstmal dein supply port hier kaputt auch wenn das wahrscheinlich nichts bringt aber nichts ist besser als gar nichts mal kaputt jawohl immerhin den haben wir noch mitgenommen ja natürlich jetzt kommt er auch noch mit denen angeflogen sehr schön die halten zwar nichts aus aber die zerpflücken wir mal eben alles hier junge 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 so hör mal hier so du gehst mir gerade mal mit deinem ha äh ja ja jetzt geht es rund und ich glaube das ist äh da stehen sie schon bei mir in der basis drin und da würde ich mal behaupten ist das thema auch relativ schnell erledigt weil ressourcen sind quasi weg ja da haben wir uns wohl für den anfang ein bisschen arg viel vorgenommen würde ich mal behaupten meine sind zwar noch nicht ganz äh durch aber unser supply center hier hinten ist schrott da fliegen sie zumindest noch aber ja da ist der nächste weg den haben sie schon blockiert okay dann geben wir da mal gekonnt auf 40 einheiten gebaut der hat 177 gebaut äh was stimmt denn da nicht meine mit 73.000 gesammelten ressourcen ist das jetzt mal nicht so schlecht auch wenn der über oder fast über 50.000 sogar mehr gesammelt hat aber gut dann tschüss gehen wir dich mal raus 1 2 das sieht ganz gut aus da brauchen wir eigentlich auch nicht wirklich ein team zu vergeben weil bei zwei leuten gibt es nur team a und team b so jetzt fühle ich mich an meiner ehre gepackt wenn ich den einen jetzt nicht äh ich auch noch klein kriege dann äh den installiere ich glaube ich das spiel aha super zwar nur ein rgb aber ist leider auch nicht viel besser aber egal ich denke der sollte auf jeden fall deutlich machbarer sein der sollte machbarer sein den werden wir zerlegen so den schicken wir direkt hoch äh du bist da dass den zweiten hoch So, jetzt sind wir erstmal Geldmäßig Pleite Aber da fliegt schon der zweite Jetzt machen wir mal Ein wenig andere Taktik hier Und schubsen hier hinten mal Schon mal einen Flugplatz hin Haben wir hier schon den zweiten Können wir auch noch nicht Sag mir nicht, du hast dich eingebaut Na, alles gut So, da auch den zweiten rein Und dann Setzen wir schon mal unsere Drohnen ein Da ist der zweite unterwegs Du bist fertig Dann darfst du schon mal davor Du bist auch fertig Na komm 75 Wollte gerade sagen, danke Versuchen wir mal das ganze Ja, ja, an die DEV denke ich Ich hoffe nicht zu spät Aber ich will diesmal auch ein bisschen schneller Mit Mit den entsprechenden A, mit den Supply Ports sein Und B nach Möglichkeit A, nichts zu spät Wir stehen momentan Mit dem Geld stehen wir momentan Ganz gut da So Den holen wir jetzt hier runter Und holen wir uns nämlich den nächsten Ölturm Gibt nochmal ein paar extra Ressourcen Danach holen wir uns hier Die Support-Ecke Der ist auch gleich fertig Ah, da kommt doch schon was Eieieiei Immer auf die kleinen Dicken, ey Immer auf die kleinen Dicken Ha, ha, ha Ja Nochmal so gerade eben nochmal Rausgerissen So Search and Destroy Und einmal Karte auf Ah, da kommt er nämlich Da kommt der Kollege nämlich schon Bring on the scaffolding Let's build Let's get to work So, dann bauen wir zur Vorsicht Schon mal Die zweite Reihe auf Den kriege ich noch nicht Äh Jetzt habe ich Das Geld für den Aurora So, das sieht alles ganz gut aus Da oben Den hat er übernommen Zack Die fliegt rein Solange die nicht mit ihren Buggies angerannt kommen Ist alles halb so dramatisch Die Buggies sind nämlich Extrem nervend Unit lost Okay Dann produzieren wir den halt einfach nach Das war nur eine Infanterie Das ist okay Das können wir verschmerzen Herz Oh, gucken wir mal Das war das alles ein bisschen Dezentral machen hier Ich hoffe nur nicht Dass die gleich hier oben He Sega Weil, ich stelle nämlich gerade mal so fest, dass ich noch gar keine Fabrik für die Fahrzeuge habe. Oh, die sind alle kein Thema. So, oh. Oh, dadurch, dass das aber die... Oh, mal schnell den... Kriegt der den? Ja, komm, Christoph. So, die stellen wir da hin. Solange der nur da mitkommt, mache ich mir da relativ wenig Sorgen. So, Fahrzeugfabrik. Nicht auf mein Auto. Oh, der ist sauer. Was ist denn da? Ich sagte nicht auf mein Auto. Was macht der? Der schießt auf mein Auto. So, der ist auch fertig. Sei mal so nett und repariere dich erstmal. War hier unten nicht noch irgendwo. Ja. Da war doch noch was. Hey, check out our new Cell-Missile. All finished. Lay in the foundation. Nu. What's the story? Konnte man den nicht über... General, our face is under attack. Congratulations, General. You have been promoted. Lay in the foundation. Back. What's the story? What's the story? Whoa-ho! I'll be here. Ja, beide wieder verloren, ey. Verdammt. Da pass' einmal wieder nicht auf, ey. Nee, nee, nee. Let's build. Goin up. Buck it up. Lay in the foundation. Buck it up. Let's get to work. Enemy Jarman help detecting. Let's get to work. I'll be here. Buck it up. Got real fast. So, einmal die Spio und einmal die und du reparierst dich direkt. So, da du mir jetzt schon dezent auf den Sack gehst da hinten. Wäre ich wohl jetzt, oder übel, mal ein klein wenig auf die Tube drücken. Genau aus dem Grund wollte ich dich nämlich gerade da unten haben. Sieht der den nicht? Mal gucken, was passiert, wenn ich das Gebäude einnehme. Nix. Auch gut. Nee, du sollst das Gebäude nicht angreifen, du sollst es einfach nur einnehmen. Das reicht doch schon mal. Oh. Genau das meine ich. Diese kleinen Scheiß-Drecksteile. Genau diese da meine ich. Ich hasse sie. So, was habt ihr denn hier schönes stehen? Ein Schwarzmarkt, den machen wir euch direkt schon mal, machen wir schon mal direkt klein. So, und da die keine Flugzeuge haben, kann ich hier eigentlich auch ein bisschen, ein bisschen enger bauen, würde ich sagen, oder? Ja, der ist natürlich jetzt auch sehr intelligent. Äh, zack. Den scheint das gar nicht zu interessieren. Ich hasse sie. Ich hasse diesen kleinen Drecks-Buggy. Gott sei Dank, jetzt ist er weg. Oh. Ich sehe was, was mir gar nicht gefällt. Das einziges Gute ist, genau, meine... Meine Laser fangen die Raketen ab. Das ist das einziges Gute da dran. Das ist das einziges Gute da dran, dass sie das abfangen. Ja, ja, von mir aus, Scudstorm detected, ist mir relativ. So, drei davon, ein bisschen was davon. Äh, im Moment läuft's noch, ja. Das ist aber auch, äh... Netterweise... ...bis auf diese kleinen Buggys. Die gehen mir so tierisch auf den Sender. Äh, ja, ja, Low Power. Alles gut. Wir können ja aufrüsten, so ist es ja nicht. Das Problem ist, wir sind gerade mal blind. Ah, jetzt. Hallo? Saft. Das ist leider der einzige Nachteil bei den... ...bem Laser, dass die... ...an Strom geknüpft sind. Das heißt, kein Saft. Keine Fahrzeuge. Hätte ich hier nicht gerade was hingestellt. Woher? Sehr schön. Ähm... Bäm 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 bäm. Ach, komm, wir nehmen den noch mit rein. So Not auf alle Bomben Das ist auch so geil, die stehen einfach nur daneben und machen gar nichts So, immer schön nachproduzieren So, wo ist der Skat-Sturm hier Mal gucken, ob es reicht Mit den Zweien, ich befürchte aber nein Aber dann können wir ja eigentlich Mit den Jungs noch hinterher So, wo ist das? So, wo ist das? So, wo ist das? Da haben wir doch so ein kleines bisschen haben wir doch So ein kleines bisschen haben wir sie doch schon mal angekitzelt Jetzt haben wir zwar Flugzeug verloren, aber Erstmal wuscht So Zack Einmal aufziehen das Ganze Und Da hinten Alter Alter Warum und wie sind die da reingekommen zum Geier So Und zack Hier da rein Aber das Gute ist Das passiert im Normalfall einmal und danach nie wieder Jetzt verteilen wir nämlich die Jungs und dann Sollte das im Normalfall nicht nochmal passieren Ja, Tarnanzug Ja Ich lasse mal hier mit Der hat schon eine Drohne drin Sollte eigentlich, sollten die nicht durchkommen, aber So So, das ist schön hier unten, da ist noch keiner So, wer nervt hier schon wieder mit den großen Bum Bums So, soviel dazu Zack, du kannst da wieder rein So, was schleicht sich hier schon wieder an Schon wieder Buggies Aber die müssten ja im Normalfall Werden die jetzt Gott sei Dank früh genug erwischt So, hopp Ich denke da oben bist du ganz gut aufgestellt Äh, wo sind meine anderen Helis Oh, stellen wir da die zweite So kommen die da also rein Aber diesmal nicht mit mir Diesmal standen die richtigen Jungs da Was ist hier los? So, traut ihr euch bis hier vorne hin? Mal gucken wie schnell sie abgeschossen werden So, jetzt zerschießt die erstmal Und bumm So, jetzt setzt sich der ganze Trost nämlich erstmal in Bewegung Ich sag ja, ich hasse diese kleinen Buggies Die halten zwar nix aus, haben aber eine mega Reichweite Normalerweise gruppiere ich auch meine Ihr versucht da nicht etwa da jetzt durchzubrechen, oder? Ah, ein bisschen Schwund ist immer mit dabei Alles gut So, nächsten Einheiten hinterher Hier oben haben wir Einen hatten sie schon rausgeschaltet Dann setzen wir jemals zur Vorsicht noch einen rein Den setzen wir da vor Oh, wie viel haben wir noch? 1,40 bis zur SCUD So, schauen wir mal ob das reicht Ansonsten schieben wir halt die Partikelkanone noch hinterher Eigentlich müsste ich noch deutlich mehr Verteidigung bauen Ah, das wird wohl nicht reichen, oder? Na, hab ich ihn jetzt zu früh abgezogen? Ahhhh Shhhhh Shit Habe ich schon wieder einen weggeholt hier Hasen wir schon wieder einen weggeholt hier No construction Äh, der passt nicht mehr rein, oder wie? Äh. Die habe ich schon alle hochgezogen. Aber wenigstens ist der Scud-Sturm erstmal weg. Und zwar, ja, ja, Low-Power. Gleich nicht mehr. Gleich ist wieder Power da. Na, so ist er. Da ist er doch. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Das schießen wir dem mal direkt wieder. Und dann werden wir mal so ganz langsam, aber sicher. Leider brauche ich, glaube ich, nichts mehr. Dann werden wir mal so ganz langsam, aber sicher unseren Angriff einleiten. So, Partikel-Kanone. Zack, rein. Immer mitten in die Fresse rein. Dö, 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 dö. Ja, ich verliere immer wieder Einheiten, aber... Was soll's. Solange der immer mindestens eine Einheit mehr verliert als ich... Ist alles gut. Kriege ich nicht hin. Bauen wir da ein. Normal würde man die so definitiv nicht positionieren, aber... Da der A. Keine Flugzeuge hat und... B. Gar nicht erst... Die Möglichkeit kriegt, hier... Gas zu geben. Ach, schon wieder der Große unterwegs hier. So. Der hat mir... Nein, hat er mir nicht, wollte ich gerade sagen. Der hat mir meinen... Meinen großen kaputt gemacht, hat er aber nicht. Da kommen die Fußtruppen. Da kommt der Mob. Mal gucken, wann meine Große hier anfängt zu schießen. Wahrscheinlich gar nicht, weil die alle eh schon vorher platt sind. So sieht's mal aus. So, Partikelkanone ist schon wieder fertig. Dann... Den holen sie mir jetzt wahrscheinlich jetzt aber... Ehe relativ fix vom Himmel, aber egal. Wir müssen den Jungen ja auch mal ein bisschen beschäftigen hier. Geht der nicht nur, dass er mir auf den Büsse geht. Das war... Nicht so... Ganz... Von Erfolg gekrönt, aber egal. Ja... Ja... Aha, aha, aha. Wo ist er? Da ist er So, bevor der mir wieder einen kaputt schießt Ja Ja Das leidige Thema mit der Power So, da ist er noch schon wieder Oh, das war aber Punktlandung So Einmal Zweimal Gleich ist die andere Partikelkanone wieder bereit und dann Na So, dann bauen wir noch ein paar Luftabwehrgeschützte nochmal mit rein Achso, da kam noch was Hätte ja gar nicht einsetzen brauchen Aber den kriege ich noch klein, oder? Komm, komm, komm Jawohl Den hier hinten beachtet mal gar keiner Na Sehr schön So Ihr seid Nummer 1 Ihr seid Team Nummer 2 All finished Tactical lasers online Radar won't pick us up So Supersonic aircraft Tactical lasers online Radar won't pick us up Ich mach mal die Ressourcen ein bisschen klein Boah, echt zwei Stück verloren? Das ist, äh, das ist nicht schön Ah, wir setzen mal doch Partikelkanone fertig Äh, nein Mach mal alles Mach mal alles Ah, kommt er nicht mehr ganz ran Laser Crusader ready for engagement Uh, die war aber sehr effektiv Die war sehr effektiv So Ich hab schon wieder einen Ausgeschaltet hier So, da kommt noch einer Und dann Gehen wir Mal zum finalen Angriff über, würde ich sagen Ihr seid wieder fertig hier So, produzieren wir schon mal nach What's the mission, sir? Buckle up Particle cannon ready Laser Crusader ready for engagement Got room for fire Armor detail reporting How about a show of force Come on in Buckle up How about a lift Unit lost Laser Crusader ready for engagement Oh, be careful now Buckle up Ihr dürft Ich wollte gerade sagen Ihr dürft ruhig, äh, schießen Buckle up Laser Crusader ready for engagement Hier ist Stau Ach, das hat dann da hinten hingestellt Auch nicht schlecht Äh, wir werden mal schnell kaputt machen hier What's up What's up Buckle up Breaking loose Laser Crusader ready for engagement Ha, this should be fun Upgrade complete Upgrade complete Unit lost So, was ist hier los? So, was ist hier los? Komm, holt das Ding runter Oh, ich krieg Besuch So, Partikelkanone fertig Nein, das hat wieder nicht gereicht Dann muss ich leider Einen meiner Flieger doch empfangen Säurepanzer Iba, fui, weg Oh, was ist hier unten? Party Oh, spring LKWs Ha, 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 ha Fein He, 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 he Und umsweg sind sie Egal So, Kanal voll Jetzt machen wir einen Deckel drauf hier Ach, da kommt die Kommt die kleine trakteurchen her Na, komm Ich wusste es Kann man sich auch nur so dämlich anstellen, ey Äh, schieß doch mal das Ding hier weg Damit ihr freie Schussbahn habt Das sind alles unnötige Einheiten Die wir jetzt da gerade verlieren Alles unnötige Einheiten Die verloren gehen Das sind alles unnötige Einheiten So, nix mehr mit Sneak Attack hier So, platt machen Einfach nur platt machen Warte mal da Nix Außer Kleinzeug Particle cannon ready Units lost Power up the laser Deliver an order Power up the laser Let's greas Releasing energy pulse Power up the laser Light number Battle lift Dann können die da ein Ich liebe es, wenn die Nicht anständig da reinlaufen, ey Ich wünsche dir auch eine gute Nacht Dauert eh nicht mehr lange Danach Beziehungsweise Die sind jetzt eh gleich Durch den Kamin Und danach ist auch bei mir Schluss Aber ich wünsche dir trotzdem eine gute Nacht Und danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Units lost Units lost Lighten them up Power up the laser Power up the laser Particle cannon activated Units lost Units lost Laser cannon target is set Lighten them up Oh, einfach drüber fahren So, was mit euch Jungs Wir haben doch schon alles platt gemacht, was da ist Units lost Units lost Anything to drive? I'm on my way Where do you need me? You got the map On your command In my field of fire So Units lost Viel ist ja nicht mehr, würde ich sagen Irgendwie mal noch hier rein Und dann Würde ich mal fast behaupten Ist hier Aufgeräumt Ich würde gerade sagen Mach ich mir mal gerade gar keine Sorgen So Jetzt machen wir den noch schön platt Jetzt gilt es nur noch Den Rest zu finden Da ist auch nichts mehr Dann schickt mal ein Teil da hin Schickt mal ein Teil da hin Und ein Teil da hin Da ist noch einer Ach, da hängt noch einer rum Ach, guck mal, was haben wir denn da noch Das war's Nicht unbedingt Die beste Leistung, die ich je gezeigt habe Aber Ist okay Ist okay Dafür, dass es seit langem mal wieder gewesen ist Ist das ganz okay gewesen So, haben wir eine Auszeichnung bekommen? Jawohl, haben wir bekommen Mehr als 50 Tanks in einem Solo- oder Multiplayer-Spiel Ja gut, das war dann jetzt nicht so wahnsinnig schwer Mehr als 50 Panzer zu bauen Aber So viel erstmal Zu Command & Conquer Generals Oder Generäle, wie es im Deutschen ja heißt Dann Bedanke ich mich auf jeden Fall Nochmals bei allen, die zugeschaut haben Oder auch nochmal neu Dazugekommen sind Wünsche euch eine gute Nacht Und Morgen Beziehungsweise heute Werden wir uns wahrscheinlich nicht hören Aber ich Denke Sonntag Allerspätestens Montag Bin ich wieder da Und dann Würde es mich freuen Wenn wir uns wiedersehen Bis dahin Ein schönes Wochenende Gute Nacht Und Tschüss Sch principio Gute Gute Glüh Wünsche Hübs Wünsche